Hey Leute, Willkommen zu Teil 2 meines kleinen Videos zum Führerstand mit Verrat von Aschersleben nach Goslar. Ich hoffe der erste Part hat euch bis jetzt gefallen. Ich möchte nur direkt zu Anfang mal kurz sagen. Es ist eine wunderschöne Strecke, man hat eine schöne sichere Brocken und so weiter. Jedenfalls wollte ich nur kurz sagen, mittendrin im Video werdet ihr mehrere Pieptöne hören oder Fehlermeldungen, die mein Fahrzeug von sich gibt. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich einen defekten Rauchmelder an Bord, der ständig eine Fehlermeldung gebracht hat. Obwohl er komplett in Ordnung war, es war nichts los. Deswegen kommt es öfter noch mal im Pieptöne und ich rege mich ein wenig auf. Aber ja, das war's schon. Ich wünsche euch viel Spaß im Video und die nächsten Parts werden auf jeden Fall folgen. Dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Video und tschau. Ich bin einfach nie mit dem Video und die nächsten Mal. Das ist nicht mehr draussen. Das ist ein intermediary, der Schäfer auf dem Video. Ich mache zu nichts. Also das ist nicht mehr zu sein. Das ist nicht mehr zufrieden. Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020